Naja, ist ja eigentlich, eigentlich beantwortet die Frage, ne? Na klar, haust du ab. Denn statt ein Satifize alle 10 Jahre, sind es jetzt ein Satifize jedes Jahr. Das ist es halt. Aber das ist ja auch nicht gerade eine Lösung. Einfach noch mehr Menschen opfern. Ist jetzt hier auch nicht gerade, ne? Nicht gerade gut durchdacht. Nicht gerade so, als ob sie da wirklich sich bemüht haben, eine Lösung zu finden. Natürlich lebt nur einer. Ich hab nichts anderes erwartet. Natürlich schlägst du daneben. Ich hab nichts anderes erwartet. Gott sei Dank. Ich glaub, die haben uns noch gesehen, oder? Ja, shit. Ja, shit. Ja, ja, Hornattack. Nein. Oh nein, ich hasse es. So, erstmal alle anderen, alle anderen erledigen. Ich hasse diese Vögel wirklich wie die Pest. Die find ich echt furchtbar. Weil sie das halt können, diese, diese Hastattacke. Alter, ich möchte auch was machen, du Arschloch, ja? Ey, wir verrecken hier. Wenn wir jetzt hier verrecken, dann werde ich dieses Spiel aufgeben. Ganz ehrlich. Weil du einfach nicht zum Stich kommst hier. Die machen einmal hast und schon, können die einen runternageln wie sonst was. Ciao, Alter, ganz ehrlich. Oh. Einmal hast und schon, hast du alles verloren. Schon bist du einfach tot. Weil du einfach nicht mehr angreifen darfst. Wie sie einfach die Dinger dann töten, ey. Machen wir natürlich mit der Kiste da. Happiness Sharp. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt runter müssen. Ich meine, ich werde das jetzt mal so hindrehen, dass wir da runter müssen. Aber ob wir das wirklich müssen, weiß ich gar nicht. Irgendwie muss das ja einen Sinn ergeben. Siehste? Schon müssen wir das hier nämlich machen. Mega Alexier. Müssen wir erst mal das Ding drehen, dass wir dann da oben hinkommen. Das müsste jetzt lang, ne? Ja. So, und jetzt können wir ja einfach... Jetzt können wir es ja einfach so drehen, dass wir... da jetzt hinkommen. So. Ganz easy. Ich habe echt immer Schiss vor diesen Dingern. Ich weiß nicht. Ich ignoriere diese Teile. Ich habe total Schiss vor denen. Die sind groß. Ja, toll. So wie zum Thema ignorieren. Ja, ich glaube aber auch nicht, dass sie stärker sind. Die sind wohl auch nicht stärker, diese Dinger. Die sind halt einfach nur groß. Aber ist halt nicht so, dass die... Okay, die sind. Die sind tödbar. Aber ja, erstmal, erstmal wieder... Ja, genau. Ja, ne, die sind nicht stark, habe ich gesagt. Ne, ne, die passen. Das passt. Die sind eigentlich recht schwach. Die sind eigentlich recht schwach gehalten, außer dass sie 1000 Schaden machen, insgesamt zusammengerechnet. Sind sie recht schwach. Ja, also, die sind auf jeden Fall schwach. Die geben keinen Speicherpunkt vor, aber töten hier einen beinah. Ich brauche hier eigentlich mal einen Speicherpunkt, weil sonst darf ich nämlich die ganze Scheiße nochmal machen, weil du nämlich nicht zum Speichern kommst hier in dem Spiel. Das ist wirklich sehr, sehr unschön gestaltet. Ich möchte auch zum Speichern kommen. Gut, gegen die Großen ignoriere ich jetzt mal komplett. Kommst echt nicht zum Speichern, ey. Ich muss speichern. Ich kann doch nicht hier komplett durchlaufen ohne Speichern. Da braucht nur ein Fehler und endlich einen Speicherpunkt. Oh Gott, jetzt sind wir endlich hier. Wir sind endlich gekommen. I have been waiting for all of you. All of you. So, was wir jetzt machen müssen, ist nämlich speichern. Ich muss nämlich zur Arbeit. Das wurde alles ein bisschen knapp. Ich habe nicht gedacht, ich dachte, wir könnten noch, ich muss jetzt hier speichern. Hier muss ich jetzt erstmal einen kleinen Break machen. Wie gesagt. Ich muss nämlich zur Arbeit in einer Stunde, deswegen. Das wird ein bisschen knapp gerechnet hier. Gut, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir gegen eine riesige Spinne kämpfen. So wie das Netz da hinten aussieht. Alter, wenn es eine Spinne ist, ne? Dann flippe ich aber aus. Wehe, das ist eine Spinne. Das ist garantiert eine Spinne. Deswegen auch die ganzen Monster, die sie gebärt. Weil Spinnen ja auch so viele Spinnenbabys gebären. Alter, wenn es eine Spinne ist, ne? Ich hasse Spinnen. Okay. Ja. Wie gesagt. Ich denke, wir müssen gegen das Monster kämpfen. Weil es gleich aufwachen wird, wenn Setsuna versucht, sich zu opfern. Garantiert. Ich wette mit euch, das wird so sein. Schwette. Na gut, auf jeden Fall. Hoffe ich, es hat euch bis jetzt hierhin gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns dann, naja, beim Endkampf wieder. Und bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei I am Setsuna. Ja, die letzte Aufnahme musste ja kurzfristig abgebrochen werden, weil ich ja zur Arbeit musste. Ich hätte es, ja, weitergespielt, aber ich habe auch Megaschiss vor den Endgegner. Muss ich jetzt mal so ganz spontan sagen. Ich habe gerade gesehen, wir brauchen hier mal. Oh, das könnten wir mal gut gebrauchen. Ja, gut. Ich bin sehr, 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 sehr schissig. Ich habe echt Schiss. Ich weiß echt nicht, was da jetzt kommt, was uns da jetzt erwarten wird. Und ich habe echt einfach nur Angst. Hallo. Da leuchtet es. Da steht aber jemand in dem Leuchten. Okay, wir gehen mal hin. Wir ziehen es knallhart durch. Finally, we met. W-Wait a minute. What? What? Warum ist da eine falsche Aterna hier? Was ist es? Ein Monster? Don't worry. Put away your weapons. She is no fool. Really? You sure it's all right? We can trust you, right? Right? I'm here, clone. Her clone. I'm here. Her clone? I create Aterna using my magical energy. Wer bist du? I am the time judge. I no longer recall my human name. For time immortal, I have guarded this land, awaiting the coming of the Satisfies. I am unable to leave here. That is why I create Aterna. To move around the outside world on my behalf. Aterna's role is to bring the Satisfies, Setsuna, here. That role has now been fulfilled. I came here, intending to pass on my magical energy and life force to you. But if that won't change anything, then I want to change the future myself. I want there to be a future where families and friends can live together and laugh together. Then let us change it, Setsuna. You are special, Setsuna. You are able to choose your destiny. You, Setsuna, are your last hope for a new future. Setsuna. It is exactly as she said. It is exactly as Mana said. She saw hope in you. And she was right. Mom did? I believed her and watched it over this last glint of hope. I have watched it you grow and learn. Thanks to you, I am now ready to stake everything on one other option. Instead of sealing away the dark Samarza, we shall destroy it completely. Destroy it completely? Why did you just do that it is the first place then? If you fail, this land and all life in it will be destroyed. The decision to attempt such a fearsome battle cannot be made lightly. Yeah, anyone would get nervous if they had a decision like that writing down on them. But now you must make your choice. To pass on your magical energy and life force to me as a sacrifice or to destroy the dark Samarza, which shall you choose? My mind is already made up. I want to know what the other things do. Give her your energy and life force her. Give her your energy and life force her. Andi, are you really sure? We might as well, right? After all this, you really think we are gonna chicken out now? If there is any chance to break this vicerious circle, then we must size it that chance. For the sake of my people, I too shall lend you my strange. Thank you, all of you. I feel the same way too. I want to change things. And to do so, I must fight. Everyone are alright with that? No, I don't. This time, it seems you have finally decided. Finally? This time? Look, all that stuff about things repeating or whatever it was. It took us a long time to get this far. Enough with the riddles, eh? I have given you this choice many times before. To defeat our few and bring the world into the future. Or to avoid battle and leave the situation unchanged. Up until now, you have always chose to avoid battle. But each time, the outcome was always the same. One of destruction. And each time, I once again round back time. Sie kann die Zeit zurückdrehen. Over and over and over again. Using the power of the space-time Spironite. What do I want to have? Space-time Spironite? That's right. I've traveled on this journey together with all of you. Every single one of this time. Although I'm sure none of you remember, of course. What? I don't remember a thing. Each time we chose to evade combat and each time, time was round back once again? Does that not mean this world does not move towards the future? Yes. This world constantly repeats the same period of time. That is true. When time is round back, no one retains their memories. Except for me, the user of the Spironite. And except for Arterna. But very rarely, it seems distortion can occur, causing others to also retain their memories. That is likely the curse of your dream, Setsuna. The curse of your sense of deja vu. So, everything repeats the same. Also kann sie die Zeit zurückdrehen. Und wir sind jedes Mal wieder bis hierhin angekommen. Also Setsuna ist mit unserer ganzen Gruppe jedes Mal hier angekommen. Und jedes Mal hat sie sich dann dafür entschieden nicht zu kämpfen. Und dann... Ne, jedes Mal hat sie sich dafür entschieden zu kämpfen. Aber wir haben jedes Mal verloren und deswegen hat sie die Zeit wieder zurückgedreht. Und so hat sich die selbe Zeitschleife immer und immer und immer und immer wieder wiederholt. Also ist das alles vorherbestimmt gewesen, was jetzt so auf der Reise passiert ist. So, everything repeated the same. Almost the same, would perhaps be a better way to put it. There have seemed small difference, but essentially it stays the same. However, this journey has been different. The repeatedly changing monsters. The vanished land. The appearance of the Reaper. And most unexpected of all... Ich. Okay, wir Endier waren nie dabei gewesen. Endier's appearance. None of these things ever happened once before. Not once. That's why I help our hope for your journey this time. This is helluvier, lot to take in all of a sudden. And we have got no way of knowing if it's true or not. So this means you have seen lots of different versions of us, right Aterna? Yes. You were all different each time through only slightly. Shall I tell you about the other Kears? No thanks. I don't wanna know. When I think of this thousand years that you have lived alone, it makes my heart age. Thank you. But I am fine. I have simply lived for a little long... Little too long. And... Anyway... My will shall soon end. Huh? I want you to show me proof. Proof that you truly perceive the strange to defeat our few. Proof that you have surpassed me. But... You can't. I must thank you. Staring with the appearance of Endia, many changes has come to pass. These changes appear to have also affected me. I have just remembered something. Huh? I have remembered my own name. And the name of the person I once loved. Also, of course, this was a thousand long year ago. I am glad to have met all of you. Then come with us. No, said Suna. You must face me. You must fulfill your role. And I? I must fulfill my role. Oh man, jetzt müssen wir gegen die kämpfen. Verdammt. Machen wir erstmal hier Provocate. Und einmal kurz Aura, weil... Äh... Ist schon fast tot. Hat schon erstmal gleich aufs Maul bekommen. Toll. Erstmal Angriff. Ich hab jetzt gar nicht geguckt, wieviel Leben sie hat. Toll. Schön. 5000. Klasse. Ich bin... Nein. Nein, 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 nein. Oh nein, ich hasse es. Boah, das ging zum Glück daneben. Oh nein, ich hasse die jetzt schon. Ich hasse sie jetzt schon. Und außerdem haben wir Setsuna dabei, die uns jetzt hier nichts bringt. Weil sie kein Damage macht. Das ist sehr bitter. Das ist jetzt wirklich sehr bitter. Die ist jetzt nur zum Heilen da. Aber... Man ist ja nicht schlecht, aber... Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. So, Effect of All. Das ist schon mal gut. Oh. 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 Was machen wir denn jetzt mit ihr hier? Ehrlich? Was... Was machen wir jetzt mit ihr? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Und das ist jetzt doof. Die kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Einfach nochmal angreifen. Wir gucken mal, ob wir so da durchkommen. Ich kann jetzt echt nichts versprechen. Weil, naja. Sie, ähm... Ah, schon wieder Mist. Das gibt's ja gar nicht. Das Gute aber ist, wir können das hier machen. Und damit können wir uns wenigstens wiederbeleben. Aber leider macht das kein Damage auf sie. Das ist echt ungünstig. So, Wall auf Setsuna. So. Dann einfach Angriff. Angriff, Angriff, Angriff. Nicht so schlau. Äh, nicht so schlau. Äh, wieder Wall. Einfach wieder auf alle. Sehr gut. Setsuna kann. Prey. Ja, am besten in die Mitte, dann kriegt jeder was ab. Oh Mann, da. Den geht's allen gut. Tja, das ging daneben, wa, Alde? Einmal Wall. Wir wissen, das hilft. Das hilft sogar sehr gut. Ich bin ein sehr großer Fan von Wall. Währenddessen müssen wir halt praying. Praying, praying, praying. Nein. Ja, ich hasse es, wenn sie sowas machen. Ich würde gerne sagen, böse. Sie darf jetzt sehr oft angreifen. Das gefällt mir absolut nicht. Da bin ich jetzt gar kein Fan von, dass sie so oft angreifen dürfen. Einmal gerne alle heilen. Ah, das geht doch auch nicht. Das will ich auch können, verdammt. Ich glaube, Materna kann sowas. Ich muss das nochmal alles richtig schön umstellen. Scheiße, das hat er gar nicht mitbekommen. So, Attacke. Zack. Alle geheilt, das ist gut. Scheiße, wir hatten ja noch gar keinen. Ah, Mist, 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 Mist. Ich habe nicht darauf geachtet. Ich gebe ihn mal. Damit er wieder voll ist. Sonst haben wir hier nämlich ein Problem. Aua. So, Effekt auf alle. Du kannst dann wieder angreifen. Und Setsuna kann gleich heilen. Das geht schon mal gut dann. Das hat einem schon mal sehr geholfen. Mal ein bisschen mitkämpfen. Oh man, oh man, oh man. Wie geht's uns? Wall könnten wir mal... Und dann Kur. Dann hat sie wenigstens noch ein bisschen Verteidigung drauf. Die anderen kriegen das dann gleich, wenn Andy ja wieder Ultra ist. Bäh, lass das. Mach mal Prey. Einfach. Mann, Andy, warum stehst du denn so weit weg? Was ist denn los mit dir? Mach das nicht. Zack. Shootings da, okay. Aua. Aber wir können gleich wieder voll hoch... Äh, buffen. Okay, sie greift gerade kurz an. Hat keinen Schaden gemacht, das ist sehr gut. So, jetzt können wir Wall machen. Zack, allen geht's wieder gut. Brauchen wir? Ne, brauchen wir gar nicht. Okay. Sehr gut. Mit Crit. Aua. Einmal heilen. Wenn wir einmal... ...angreifen. Warum habe ich eigentlich geheilt? Oh, wir machen jetzt gerade echt... ...schön viel sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-schaden. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-schaden. Wieder Null, bitte. Ja, sehr schön. Das ist eine verschwendete Attacke bei ihr. Gott sei Dank. Mach normal Angriff. Wir machen gerade so viel Damage, deswegen ziehe ich das gerade durch. Uns geht es noch allen gut. Wir machen gerade so viel Damage auf die Alte. Die ist jetzt weg. Sehr schön. Das lief doch gut. Danke. Ich weiß, du kannst es machen. Dank dieser ganzen Feier und, naja, dass alles aufgestärkt wurde, hat es sich gelohnt, anzugreifen. Also mit 300-400 Schaden pro Schlag. Timestuff. Können wir den nutzen? Wir machen uns. iriTION��겠습니다. Wir machen uns. Vielen Dank.